Hallo ihr Lieben, auch heute steht wieder eine Aufstiegsmeditation an. Ich beginne um 17.45 Uhr mit dem Start der Aufstiegsmeditation und des Videos, dessen Link ihr in der Videobeschreibung zu diesem Trailer finden könnt. Wir befinden uns mitten im Wandel. Viele der Botschaften dieser Woche haben den Wandel schon gefeiert. Und dies sollte unserer gemeinsamen Visualisierung noch größere Kraft verleihen. Lasst uns dem Ganzen den nötigen Schwung geben, um endlich die ersten Ausläufer der wunderbaren Veränderungen sehen zu können, die da auf uns zurollen. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch die Manifestation meines YouTube-Kanals mit Euch feiern, der immer mehr Menschen erreicht und dessen Aufrufzahlen nun schon die Hunderttausender Marke erreicht hat. Und was ich besonders beeindruckend finde, insgesamt ein Jahr und 72 Tage zusammengerechnet angehört wurde. Letzten Sonntag hatte ich noch gehofft, 300 Abonnenten insgesamt gewinnen zu können. Aber es waren dann schon fast 400. Und diesen Sonntag sind es tatsächlich schon fast 600 Abonnenten, die sich wohl regelmäßig mit den hauptsächlich spirituellen Botschaften auf diesem Kanal beschäftigen möchten. Ich erwähne dies vor allem deswegen, weil auch Du sicher etwas beitragen kannst, um den Wandel schneller zu manifestieren. Vielleicht hast Du Pläne für ein Therapiezentrum oder erwägst die Ausbildung als Heiler oder Berater. Vielleicht könntest Du Dir vorstellen, in der Politik in einer völlig neuen Partei etwas zu verändern. Und selbst wenn Du nur ganz allein für Dich Dein spirituelles Wachstum angehst, ist dies ein großartiger Beitrag für das gesamte Kollektiv der Menschheit. Es ist möglich, die Welt zu verändern und wir alle dürfen daran teilhaben. Unsere Vorstellungen und konkreten Absichten haben eine enorme Manifestationskraft und können alles schneller und positiver gestalten, als wir es für möglich halten. Ich wünsche uns heute Abend wieder eine wundervolle und gelungene Aufstiegsmeditation, in der sich unsere Herzen verbinden und unser Licht vereint, um den Wandel zu beschleunigen. Liebe Grüße und viel Erfolg, Euer Wolfgang